Willkommen zu der neuen Folge Clash Royale. Heute morgen kommen die Spiele. Ist heute Donnerstag oder was? Ja, heute ist Donnerstag. Heute kommen die Spiele. Die, was für Spiele? Videos. Sorry, ich war vielleicht mit mir ganz doll. Ja, dann mal auf, auf in ein Match. Mal gucken mal, wenn wir das gut machen, wenn wir das. Weil ich habe hier keine Tricks gehabt. Deswegen haben wir immer mehr, als ich heute schon drin habe, aber nicht gespielt. Und jetzt bin ich immer wieder ganz schön da. Was fuck? Ich hab das nie irgendwie da gemacht. Das war kein Obst, das war dumm halt. Die weht, die weht. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Hey, das ist so schön. insЬ weht drauf. Oh, ich habe es einen train. Ich dachte schon, was ich hab das mal gesehen bei mir drauf denken. Ich habe es意外偶하세요. Ich hatte diesem İşte mal. Deir Mitaus mit mir dann den wunderbaren procent. Wo ist das nicht so schön. So. Ach, kann aber jemand hier rum. Oh, du konntest jetzt einmal erlauben, weil wir wenigstens einen kleinen Push haben. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja, aber... Okay, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Was setzt ihr? Ich kann mal auf langsam in meinen Eifers. das hast du mit diesen immer jetzt nichts besonderes scheiße mut aber der ist schon ein bisschen sinnvoller da freut sich denkst du auch dass du dich glücklich schätzt damit dass du eine magia wurde eigentlich irgendwas gegensetzen könntest was weniger gebracht hätte dass du schaden bei wachler immer wenn sie stirbt dann holt sie noch mal drei skelette raus jetzt er hat er zu beendet ähm muss ich dann noch zu was dann Oh, 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 ich erinnere noch was hier zu daziehen. Ere, was ist das denn? Nein, das geht doch noch mal an. ... ... ... ... ... ... Schade. Wieder annehmt, dann machen wir weiter. Wenn ich dann nicht. Okay, anscheinend nehmt er nicht an. Hoffentlich hat es euch heute voll gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Heute kommt wahrscheinlich noch ein Video. Oder morgen.